Wow, wow, was ist das für ein Duft? Warte, was? Der Duft kommt von hier. Warte, siehst du das? Spielzeug! Spielzeug! Hey Jungs, hierher, kommt schnell! Tredgy, ja, daugt sie! Das ist so fluffig! Ich spür meine Schnauze nicht! Ein Spielzeug! Ich wünschte, dieser Tag würde niemals enden! Ja, das wäre herrlich! Guten Morgen, Jungs! Na, Löffelchen? Oh shit, dachte du wärst Dolores! Mein Fehler! Ich muss pissen! Was ist das da bei deinen Pfoten? Mein Pfoten? Was meinst du? Was ist das? Ja, was ist das? Oh mein Gott, das sind Ohren! Ohren? Verfluchte Scheiße! Das war doch Spielzeug! Leute, wo ist das verdammte Spielzeug hin? Das ist nicht real! Das ist nicht real! Das ist real! Das ist real! Oh mein Gott! Wir sind Mörder! Ich muss kotzen! Oh Gott, da ist Fell in meiner Kotze! Wir sind Mörder! Oh mein Gott, jetzt muss ich kotzen! Scheiße, Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Halt euch Kleiner nicht aufgeben! Das wird schon wieder... Fuck! Was machst du da? Na was wohl? Ich lass die Beweise verschwinden! Das darf keiner erfahren! Ähm, wir haben uns heute hier versammelt, um von den Häschen Abschied zu nehmen! Wir haben das nicht mit Absicht gemacht! Mhm! Genau! Und ich weiß, wären wir nicht so high gewesen von dem Zeug, das wir gegessen haben, hätten wir euch niemals zerfleischt! Oder die Gliedmaßen abgerissen und euch nicht zu Tode geschüttelt, während wir versehentlich auch noch gedacht haben! Also, seid gesegnet, Häschen! Ja, wir müssen uns entschuldigen! Und ruhe, sehr leid! Amen! Gut, das reicht jetzt! Wir sprechen nie wieder darüber! Kein Wort! Zu niemandem! Klar? Wir verschweigen das! Ihr verschweigt was? Oh shit, die Bullen! Verdammt richtig, ihr Wichser! Wir haben nichts getan! Wir sind unschuldig, Sir! Witz! Sitze doch! Und Platz! Hinlegen! Pfoten dahin, wo ich sie sehen kann! Durchsucht diese Pussys! Die haben was zu verbergen! Oh Gott, was machen wir jetzt? Ey, ganz ruhig! Ich klär das! Ich mach jetzt mal auf weißen Zisshund! Hallo, Officer! Seien Sie gewiss! Keiner von uns hat jemals ein Häschen getötet! Park! Was? Jetzt mal alle Klappe halten! Wir suchen nach einer Pfadfinderin, die vermisst wird! Riley Anderson! Acht Menschen Jahre alt! Vor zwei Tagen hat sie sich vom Camp entfernt! Dachte ihr, Köter hättet sie vielleicht gesehen! Schnüffeltest negativ, Sir! Aber offensichtlich nicht! Wir rücken ab! Moment, Moment! Ich könnte helfen! Verzeihung! Ich möchte ja hier nicht als Angeberin rüberkommen, aber mein Geruchssinn ist richtig gut! Ich würde ihnen gerne dabei helfen, dieses Mädchen zu finden! Ist ja entzückend! Aber nein, danke, du australischer Schäferscheißhaufen! Entschuldigung, aber so sollten Sie wirklich nicht mit einer Lady reden! Ach, und was hast du vor? Was willst du dagegen tun? W-w-was ich dagegen tun will? Gar nichts! Ich leg mich wieder hin! Ach, Hunter! Hunter? Rolf? Na, da bat mir doch einer einen Postboten! Ich hab dich vor lauter Trichter gar nicht erkannt! Ja, ja, ich trag jetzt einen Trichter! Lass mal schnüffeln, Bro! Mein Freund! Komm her! Gott, ey, wow! Dass ihr die nicht erkannt habt, dein Arschloch riecht doch genau wie früher! Dein Arschloch will ich niemals vergessen! Ihr beide kennt euch? Soll das ein Witz sein? Dieser Penner und ich waren zusammen auf der Akademie! Alles, was ich weiß, hab ich von diesem Hundesohn gelernt! Sind wir nicht alle Söhne von Hunden zur Schnauze? Und, Bruder, wo bist du gelandet? Bist du ein Drogenschlüffler? Spürst du Bomben auf? Sag schon, was machst du? Oh, ähm, naja, ich kümmere mich um sterbende Menschen! Oh! Ist nicht das Ende der Welt, schätze ich, oder? Oh, für die Menschen schon! Wow, hey, Jungs! Hast du ein paar Streuner gefunden, Rolf? Ha? Gut gemacht! Also, was treibt ihr Penner hier draußen, ha? Äh, naja, das ist ne lange Geschichte! Wir beißen so einem Kerl seinen Schwanz ab! Ist eigentlich ne kurze Geschichte! Nice! Als Azubi konnte ich nach Herzenslust Schwänze abbeißen! Beiß ich heutzutage meinen Schwanz ab, muss ich zwei Wochen lang Papierkram ausfüllen! Ich hätte gerne AC-Einheit zur Old Forest Road 54! Wir suchen den Teufel am Himmel! Sagt dir das vielleicht irgendwas? Teufel am Himmel? Ja! Verstanden, danke! Folgt uns! Wir bringen euch hin! Wow, wirklich? Klar doch, Rattenfresse! Mit dem nächsten Treffen warten wir nicht so lange, ha? Wie lange ist das her? Sieben Jahre? Ich glaub nur ein Jahr, aber jedes kommt uns wie sieben vor! Hör zu, stimmen wir unsere Geschichten aufeinander ab! Aha! Ein Opossum hat alle Häschen abgemurkst! Warte, wie heißt das Opossum? Ah, Greg! Entschuldige bitte, so heißt doch kein Opossum! Oh, wie wär's mit Monty? Hey Kath! Steve! Danke für deinen schnellen Einsatz! Na Kleiner! Willst du ein Leckerli? Leckerli? Ich liebe Leckerli! Ich glaub's nicht, da will einer ein Leckerli! Das hier ist nur für dich und ich hab noch viele mehr! Reggie! Das ist ne Falle! Hey! Keiner nicht! Die Häschen waren schon tot, als wir kamen! Es war ein Opossum! Namm's Greg! Monty! Sein Name war Monty, nicht Greg! Wir haben keine Wahl! Wir haben uns bedroht! Aber Rolf, ich dachte wir wären Freunde! Tut mir leid Kumpel, Gesetz ist Gesetz! Du weißt wie's läuft! Du sadistischer Schwanzlutscher! Hey, beruhigt dich Schnuckelmaus! Euch passiert schon nichts! Habt ihr ne Marke, geht's ab nach Hause! Miriam! Wir schauen ab, jetzt ma das! Wir schauen euch mal an! Du weißt! Ik-Gelang-Demann-Demann-Demann-Demann-Demann-Demann-Demann. Untertitelung des ZDF, 2020